Titi Bhasana, die Feuerfliege, in ihrer Balancevariation gehört zu den Zweihandstellungen, zu den Balanceübungen und auch zu den Vorwärtsbeugen. Titi Bhasana verbindet die Streckung der Beine mit Kraftübung für die Hände. Titi Bha ist die Feuerfliege oder auch das Glühwürmchen, wobei Feuerfliege der dynamischen Charakteristika dieser Übung besser gerecht wird.